Ach, es wird schwierig heute hier, ein richtiges Bett zu finden. Das ist ja eine Katastrophe. So, hier fängt es an. Hier fängt es an. Hüpft doch mal hier drauf, oder? Das ist munig. Alle drei haben verschiedene Vorstellungen. Ich finde die für eine für sich. Hier ist er! 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 Ich bin am Verzweifeln. Richtig gelbe Bettwäsche. Ich finde das furchtbar. Kann nicht mehr. Ja, aber das ist das Gelbe bei ihr. Jetzt will sie das Gelbe haben. Ich finde das richtig gut hier. Das Ding würde ich holen. Schau rum. Was ist das denn? Das ist doch nichts. Das ist nichts zum Annähen. Ich finde es auch herzlich. Ach, hör auf. Und wir entscheiden. Wir entscheiden das jetzt. Feierabend. Nein, wir sagen ja nicht. Nein, wir sagen ja nicht. Also ein grünes Bett oder das Bett? Nein, das nicht. Das nicht? Das kommt mir nicht, das baue ich nicht auf. Das bezahle ich nicht. Du musst das selber. Das ist gut. Nee, ich stand überhaupt nicht. Was steht denn da für die Watt? Da stehe ich jetzt gar nichts mehr. Genau. Gar nichts steht zur Watt. Wir müssen jetzt leider nach Hause fahren.